Teil 66 Zusammen schlugen sie vor dem gefährlich baufällig wirkenden Haus der Wiesel auf. Selbst hier draußen, vor der Appariergrenze, hörte Draco die mehrköpfige Familie samt Anhanglärmen. Das Stimmengewirr aus den weit geöffneten Fenstern und der Geruch nach Mittagessen hing in der Luft. Harry neben ihm fuhr sich durch seine zerzausten Haare und versuchte, sich ein wenig in Form zu legen. Aber er sah immer noch so aus, als ob er gerade wilden Sex gehabt hatte. Grinsend zog Draco seinen Zauberstab und richtete ihn auf Harrys Haare. Der wirre Look verschwand und machte einer gewollt wir wirkenden Haarpracht Platz. Besser, versicherte Draco Harry, als dieser vorsichtig seine Haare mit den Fingerspitzen berührte. Nebeneinander gingen sie auf das Haus zu und als sie durch die weit geöffnete Tür traten, musterte Draco kurz die Schuhe, welche sich auf den Boden, in einem Schrank und sogar auf einem Bilderraben stapelten, ehe er auch seine abstreifte und sie verstaute. Irgendwie war ihm klar, dass wenn er wiederkam, seine Schuhe von Gnomen oder sonstigen Viechern angefressen sein würden. Er sah bildlich die kleinen Ratten vor sich, die sich in dem teuren Leder sicher sehr wohl fühlen würden. Sie sollten es wagen. So viel Mühe machte Harry sich nicht. Er streifte seine Schuhe von den Füßen und kickte sie dann auf den Berg, ehe er ins Wohnzimmer vorging und Draco ihm folgte, nachdem er sich die Krawatte glatt gestrichen hatte. Kaum trat er ein, verstummten die Gespräche und alles wandte ihm so ruckartig den Kopf zu, dass er einige Nackenwirbel praktisch quietschen hören konnte. Alles starrte ihn an. Einer Wieseltante, unschwer an den roten Haaren zu erkennen, lief der Tee halb aus dem offenen Mund und er sah, wie sie alle seine Erscheinungen kritisch musterten, ehe das Zwillingswiesel. Und Draco war sich sicher, dass er diesen jungen Mann irgendwann mögen würde, soweit ein Malfoy, ein Wiesel eben mögen konnte, zu niemand Bestimmten sagte. Jetzt schulde ich dir zehn Galleonen. Ich war mir so sicher, dass die Gerüchte aus dem Propheten stimmen, Harry seine Wieler grün und blau schlägt und mein Malfoy deswegen nicht mehr zu Gesicht bekommt. Augenblicklich wandten sich alle empörten Blicke dem Zwillingswiesel zu, doch dieser grinste Draco nur breit an und zwinkerte ihm dann gut gelaunt zu. Ich kann einen ziemlich guten Illusionszauber, gab Draco nur charmant zurück und sah dann zu Harry, welcher nicht minder gut gelaunt zurückgrenzte. Kann ich bestätigen, sagte nur noch Harry und Draco bemerkte erfreut, dass nun alle, nachdem sie Draco angeschaut hatten, sich Harry zu wandten. Der zuckte die Schultern. Der Prophet hat absolut recht, was er schreibt. Ich schlage Draco bei jeder Gelegenheit grün und blau. Na endlich bekommt er die Abreibung, die er verdient, mischte sich nun die Ratte ein. Ron! Fuhren ihn sogleich Granger und die Wieselmama an. Die angespannte Stimmung löste sich, als sie sich alle gleichzeitig entspannten und über den Gesichtsausdruck von der Ratte schmunzelten, welcher sich ehrlich empört und aufgebracht umsah und sich den Arm rieb, auf welchem Granger ihn geschlagen hatte. Fleur kam auf Draco zu und umarmte ihn herzlich. Kurz war Draco nicht sicher, wie er reagieren sollte, legte dann aber unbeholfen einen Arm um ihre Taille und zog sie sanft gegen sich. Fleur roch wundervoll, nach Blumen, Sand und Meer. Kurz schloss Draco genießerisch die Augen und saugte den Geruch tief ein, ehe er sie wieder losließ und dann ihrem Mann die Hand reichte, welcher ihm freundlich zunickte. Kurz darauf folgte der Rest der Familie. Selbst Gabrielle, die Schwester von Fleur, reichte ihm betont gelangweilt die Hand, ehe sie ihre hellen Locken um einen Finger wickelte und sich wieder auf eines der Sofa quetschte. Alle schüttelten ihm die Hand und drückten ihn kurz, so wie die Wieselmutter, alle, bis auf eine. Die Kröte stierte Draco so hasserfüllt an, dass er nicht anders konnte, als sie breit anzulächeln und ihr sogar spöttisch zuzunicken, ehe er sich neben Harry auf das Sofa setzte und sich von der Wieselmama ein Glas mit Eierpunsch aufdrängen ließ. Es dauerte nicht lange und um ihn herum befanden sich alle in mehr oder minder hochtrabenden Konversationen vertieft. Auch Harry sprach angeregt mit seinen beiden besten Freunden, der Freundin von dem Zwilling und dem Vater von der rothaarigen Meute. Draco steuerte nichts zu dem Gespräch bei und lauschte den Ausführungen der vier über den Wunsch des Ministeriums, das Alter zur Wahl nach unten zu senken. Er nippte an seinem dauerhaft warmen Getränk und spürte nach kurzer Zeit Harrys Hand auf seinem Oberschenkel, wo dieser auch liegen blieb. Harry blickte ihn nicht an, aber der Körperkontakt fühlte sich gut an. Warm und beschützend. Auch wenn Draco nicht wollte, lächelte er leicht und nahm einen kräftigen Schluck aus seinem Glas. Eigentlich hätte er nicht aufsehen müssen, denn er spürte den permanenten, penetranten Blick, welcher die Kröte ihm zuwarf. Mit verkniffenem Mund und verschränkten Armen saß sie bei Fleur, ihrer Mutter und dem O-Ring. Provozierend langsam streckte nur noch Draco die Hand aus, sah, dass sie seine Bewegungen folgte und legte sie auf Harrys, umschlang seine Finger und rückte näher an den Helden, bei welchem es bisher niemand geschafft hatte, dass er die Radieschen von unten sehen konnte. Zu Dracos Freude verzog die Kröte das Gesicht noch mehr und fand er dann gepeinigt den Blick ab, während Draco vor Schadenfreude fast übersprudelte. Harry gehörte ihm. Er war durch die Hölle gegangen und Harry hat ihn nicht verlassen. Sie waren ein Paar und würden es auch immer sein, komme was wolle. Kein Augenblick später betrachtete Draco verwirrt das Glas in seiner Hand, als er über seine eigenen Gedanken nachdachte. Er schob diesen emotionalen Ausbruch, dass er mit Harry vereint, in den Sonnenuntergang, auf einem schneeweißen Einhorn reiten wollte, der Wieler und dem Glas Alkohol in die Schuhe. Ihr Lieben! rief die Mutter der Wiesel nach dem Tee und klatschte in die Hände. Es dauerte einige Augenblicke und zwei Schweigeflüche, bis sie die Aufmerksamkeit aller hatte. Bevor ihr alle rausrennt, um Quilch zu spielen, euch im Schlamm wälzt und dann aussieht wie eine Horde Gnome auf Brautschau, will ich unser Foto machen. Also alle in den Garten und zieht euch die Schuhe an. Alle! Auch du, Ron! rief sie in das Chaos, das entstand, als sich alle aufrappelten, die Stühle über den Boden schoben und laut lärmend auf die Tür zu bewegten. Auch Draco erhob sich, sodass die anderen hinter ihm durchgehen konnten, da das Wohnzimmer mit dem langen Esstisch aus allen Nähten zu platzen schien und zwischen seiner Stuhllehne und der Wand nicht wirklich Platz vorhanden war. Harry war in einem Gespräch mit dem Vater der Wiesel vertieft, als er sich an Draco vorbeidrückte, danach die Schuhe überstreifte und dann in den Garten ging, während Draco alleine in der Wand lehnte und der griffende Freundin nachsah, welche als letztes rausging. Er zögerte. Sollte er dazustoßen? Ehrlich gesagt bezweifelte er, dass auch nur einer von ihnen wirklich Wert darauf legen würde, dass er mit auf dem Bild zu sehen wäre. Auf der anderen Seite gehörte er zu Harry und Harry gehörte zu dieser Familie. Unsicher sah er sich um und seinem Blick streifte das Foto auf dem Kamin, welches die Großfamilie an den letzten Festen zeigte. Auf allen stand die Kröte neben Harry. Jedes Foto zeigte, wie Harry einen Arm um ihre schmale Schulter gelegt hatte und aus dem Bild lächelte, während sie lächelnd zu Harry sah und dann wieder aus dem Rahmen strahlte. Kurz stellte Draco sich das Bild vor, das bald daneben stehen würde. Wenn er auch darauf wäre, dann würde Harry vielleicht auch einen Arm um ihn legen. Oder vielleicht würden sie nur nebeneinander stehen. Vielleicht wollte Harry ihn auch nicht auf dem Familienbild. Denn immerhin waren sie das, eine Familie. Vielleicht würde er allein in der letzten Reihe stehen, versuchen, nicht ganz so verloren zwischen den fröhlich lachenden und wirkenden Wieseln zu wirken. Er würde sich nicht die Blöße geben, auch rauszugehen, nur um dann gesagt zu bekommen, dass er nicht erwünscht war. das war ja auch, was珍